Im Folgenden hören Sie Stimmenbeispiele, die einen Zusammenschnitt von einzelnen Gesprächsteilen darstellen und sich nicht immer logisch anhören. Lassen Sie sich davon nicht ablenken und stellen Sie den Inhalt hinten an. Achten Sie darauf, ob Ihnen die Stimme bekannt vorkommt. Haben Sie das Geld? Ja, Sie bekommen Ihr Kind, das ist kein Problem. Okay, fahren Sie heute Nacht um 2 Uhr. Schalten Sie die Blinker immer an. Immer an. Beobachten Sie bitte die rechte Autobahnseite. Wenn Sie das Lichtsignal sehen, dann sofort anhalten. Ich werde bei der Autobahn warten, an der rechten Seite. Sie haben es schon aufgeschrieben und ich werde mich trennen. Schönen guten Morgen. Schreiben Sie folgende Geokoordinaten. Das ist sehr wichtig. Die erste, das ist Nord, und die zweite ist East. Hören Sie genau zu. Das sind die Geokoordinaten. Für Google Earth. Schreiben Sie auf. Dort ist die Markus. Es geht um Leben dort, ja. Also, das sind geografische Koordinaten. Dezimalgrad. Ich brauche zu wenig Geld, sonst ich scherbe in barrieren. Okay, ich trenne mich.